Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Geometry Dash. Wir sind noch im selben Lauf wie letztes Mal, dementsprechend 56% von Level 7 geschafft. Heute wollen wir mehr. Wir machen weiter bei unserem 64. Versuch aus der letzten Folge. Und ja, ich hoffe mal die Konzentration bleibt aufrecht. Sodass wir heute was reißen können. Hier 6% letzte Folge nur. Das ist nicht zufriedenstellend. Aber. Alles klar, Kollege. Wir hatten gerade eine kurze Minute um runter zu kommen. Also ich. Dementsprechend hoffe ich, dass ich jetzt einen kühlgenügenden Kopf habe, um wieder Leistung zu zeigen. Ich drücke doch springen. Hm. Das ist er. Das ist was wir. Und wenn wir heute aus... Und dann geht es mir. Und dann geht es um das RISCH. Und dann geht es um RISCH. Hei, 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 Leute. 56% des Levels erst. Oh Gott. ... 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 Alles klar, Kollege. Dann darf ich nicht springen. Du Arschloch. Drecksspiel, ey. Was ne Scheiße, ey. Okay, aber wir haben schon mal 1% Progress in dem Level. Das ist ein guter Clipbait-Titel, würde ich behaupten. Das ist ein guter Clipbait. Ich weiß, dass ich das kann. Alles klar. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch eine Folge Minecraft veröffentlichen. Und zwar eigentlich schon vor einer guten halben Stunde. Sogar vor 40 Minuten mittlerweile schon. Verdammt. Ich springe schon wieder, bin ich denn behindert? Ah, meine Fresse. Vor allem bin ich diesmal auch noch viel zu früh gesprungen, ey. Ich lass mich davon aber auch zu sehr aus dem Konzept bringen, ey, wenn ich einmal faile. Ja? 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 Ich verstehe es nicht, ey. Warum läuft es denn jetzt gerade schon wieder nicht mehr? So, langsam triggert mich die Musik aber auch so ein bisschen. Ich höre jetzt seit, alles klar, seit gut 30 Minuten die gleiche Musik hier. Und da geht man halt irgendwann kaputt im Kopf. Vor allem, wenn es hier so eine Lila-Larum-Levelstiel-Mocke ist, die nur gute Laune verbreiten soll. Jetzt bin ich zu spät gesprungen? Ist das dein scheiß Ernst? Oh, ich krieg ein zu viel. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 selbsthass all der fahrer Oh, ich glaube da hatte ich einen lag, holy fuck, da hatte ich einen ruckler. Bei Geometry Dash, ey, das darf man auch, kann man jetzt zählen. Oh, ich glaube da hatte ich einen ruckler. Alle Dinge sind 100, ne? Okay, nevermind. 16 Minuten haben wir schon wieder. Ja, 1901 Dalmatina heißt es doch. Also, last try. Ich weiß nicht, wie diese Kausalkette zusammenhängt, aber wir machen es jetzt so. Und wenn es dabei bleibt, dann haben wir ganze 2% Fortschritt in dieser Folge gemacht. Jo, wir bleiben bei 2% Fortschritt in dieser Folge. Leck's mir am Arsch, ich hab genug für heute. Liebe Leute, ich danke vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt meine Inkompetenz noch ertragen. Wenn nicht, schade. Aber es wird vermutlich nicht besser weitergehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. So, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.